hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal claudia mein leben und mehr ja ich hatte ja die möglichkeit jetzt 14 tage diese beiden produkte zu testen die mir von im 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 oder im im wie auch immer zur verfügung gestellt wurden das ist das age defying kit mit eye serum und eye cream die habe ich bekommen und ich wollte euch zeigen welches tolle ergebnis daraus gekommen ist also ich habe 50 jährige haut die ist natürlich nicht so regenerativ wie eine haut die so in den 30ern ist oder so aber ich zeige euch mal etwas wie nämlich meine haut geworden ist und zwar also die ringe die werden auch nie mehr weg gehen aber wenn ihr euch das immer anseht die fältchen die stadt die straffheit der haut hier unten auch also die poren haben sich verkleinert die fältchen sind weniger geworden auf der seite etwas weniger aber das ist sowieso mein problem auge da habe ich sowieso immer mehr das sind windbockennarbe nicht darauf achten aber wenn ich mir hier die mimik fältchen angucke die sind viel besser geworden also es waren ganz einfache art und weise das aufzutragen ich habe mir immer einfach ein bisschen hier unter die augen gegeben immer so etwas so habe ich ja gemacht und dann habe ich das erstmal eingeklopft und das war es schon eine sehr 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 kühlend unheimlich schöne glatte haut macht das also ich war wirklich begeistert und dann kam für mich der zweite schritt nämlich dieses und da habe ich das einzige was auszusetzen nämlich ich mache ich das mal vor genau es ist ein bisschen seht ihr das das ja also der pumper ist irgendwie es kommt dann doch doch was raus das habe ich immer verrieben und habe mir das so um die augen gegeben genau das hat immer sehr sehr schön gut getan und ich hatte kein prickeln kein brennen kein komisches gefühl also jetzt im moment ist es einfach nur kühlend und wenn ich das so ein bisschen ein wirken lasse es fühlt sich einfach super an wenn ihr das also hier sehe ich wirklich eine veränderung das und das vielleicht muss ich dem produkt auch mehr zeit lassen also es ist noch es ist noch einiges drin also wenn ich hier so schüttel spüre ich das zweiter minuspunkt man kann überhaupt nicht sehen wie viel hier drin ist das ist schlecht aber ich spüre da ist noch mindestens die hälfte drin also das kann ich auf jeden fall noch weiter benutzen und hier ja man kann wieder nicht sehen was drin ist aber es fühlt sich immer noch recht schwer an also ich glaube dass man also ich sage mindestens noch vier wochen damit auskommt das würde bedeuten dass man das für sechs wochen benutzen kann und dann für 19 euro 99 also ich kann es wirklich empfehlen doch ich kann es empfehlen ich bin da ja immer sehr vorsichtig was da was ich so sage aber dadurch dass ich keinerlei keinerlei nebenwirkungen hatte keinerlei reaktionen ich hatte keine rot rotungen ich hatte keine pickelchen oder sowas ein sehr sehr gutes produkt ich werde euch das produkt hier drunter verlinken ich habe auch einen rabatt code für euch bekommen da bekommt ihr doch mal 20 prozent das sind vier euro das ist viel geld finde ich und dafür kann man das wirklich mal ausprobieren ich kann es euch wirklich ans herz legen so das wäre das erste video ich komme gleich wieder und werde mich schminken mit euch und und zwar habe ich heute vor ein paar sachen auszuprobieren die ich jetzt mir zugelegt habe da habe ich zum beispiel die neue palette von natasha denona die beiden neuen paletten von natasha denona und ich habe einige sachen also bleibt bitte dran und ihr würdet mir einen wahnsinnigen gefallen tun wenn ihr meinen kanal abonnieren würdet weil ich jetzt in meinen statistiken gesehen habe dass über die hälfte der leute die meine kanäle gucken die meine videos gucken nicht abonnent meines kanals sind also ich würde mich da irre darüber freuen weil wie gesagt das ist die einzige art der wertschätzung die ihr mir zurückgeben könnt und da würde ich mich wahnsinnig darüber freuen ihr lieben wir sehen uns nachher in einem zweiten video ich wünsche euch bis dahin alles gute bis gleich bis 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 Vielen Dank.